Ja hallo, hier ist wieder Klaus von der ersten Generation. Ich spiele das Profil Klaus, setze das Profil fort, das Spiel. Und schauen wir mal, wir waren jetzt zuletzt in Warschau. Ich bin ja gerade der Rest in Fahrt hier von Danzig nach Warschau gefahren und jetzt schauen wir mal, welche Aufträge wir in Warschau bekommen. Also ich verdiene Geld mit einer Zugmaschine, indem du Fracht auflässt und sich an das Ziel bringst. Also das sind die Frachten, die ich insgesamt bekomme von ganz Europa, von allen Städten, wo ich bisher war. Und wenn ich das einklicke, dann wird das Grün, dann bekomme ich das nur von Warschau. Also das heißt, ich bekomme jetzt hier viele Aufträge mit drei, der Vaxöl, der Bürste, ja. Geil. Da war ich überall schon. Ich darf wieder Vaxöl. Also ich will mich unbedingt jetzt nach Vaxöl dort zu nutzen. Und warum genau, ist unklar. Also. Möchte ich lieber nach Norden fahren, oder? Nach Vaxöl. Eigentlich möchte ich lieber nach Vaxöl fahren. Hat der Recht. Da gibt es das meiste für Dachpappe. Ja, von mir aus fahren wir auch Dachpappe. Also fahren wir nach Vaxöl. Und das ist eine lange Tour. Das ist immer eine lange Tour. Das ist immer eine lange Tour. 315 Kilometer Seeweg. Fährpreis 790 bekomme ich die Nummer extra. 17 Stunden. Wir haben jetzt wie viel Uhr? 12 und 13. Ja. Sollen wir das machen? Zweite Tour. So eine große Mammut-Tour runter. Dann bin ich in Schweden. In Vaxöl. Also fahren wir nach Vaxöl. Also fahren wir nach Vaxöl. Und da hat dann 7. Was haben wir noch? Neue Stadt in Schweden vielleicht mal. Und das war eine bekannte Städte. Das war eine bekannte Städte. Und hier ist Kattowice. Die Kattowice. Was ist Kattowice? Na, was ist Kattowice? Das ist Kattowice. Kammer weiß ich noch nicht, Stettin weiß ich noch nicht oder, Stettin, Stettin war auch interessant, Stettin, was haben wir da, wieso bekomme ich da 23.000 hier, nehmen wir uns noch mal langsam den hier, da bin ich und der, da sind die gesamte Touren von Duitsburg nach Kiel, aber da komme ich nicht hin, da kriege ich 30.000 für die Fahrt und der läuft so in 55 Minuten ab, das schaffe ich nicht mehr, das sind wie die Nachttunier. Ich wollte es nochmal sehen, also da kommen wir nach Stettin fahren, für 10.000, nach Kalmer, und nach Auditunier, das ist nicht da, also ich kriege hier immer in den Kästenwagen, also die Kastenwagen, die Kastenwagen. Was bekomme ich denn von 10.000 aus? Von 10.000 bekomme ich eine Fahrt nach Berlin oder nach Rostock. Wenn ich hier eine Schnellfahrt mache, so wird es dann auch Nachttouren. Ja, da sind dann Nachttouren, da kriege ich eine Fahrt nach Marmel, da war ich ja schon, die Kastenwagen und dann ziehe ich aus. Na Kalmer, der Kalmer, der Telebursch, der Wechsböhm, Lammeggen, der Katkrone, jeder Corinth, der Katkunden,谁. Ja, das heißt also, und da kriege ich auch durchschörungen, ist das natürlichen richtig viel wert. Ich darf keine Verantwortung einbauen, da muss ich quasi dass sie taushalend durchfallen, und das in der Nacht. Und das in der Nacht. Und das soll wann da sein? Sonntag 14 bis 16 Uhr, 15 bis 16 Uhr wird es da sein. Das heißt, ich muss die ganze Nacht durchfahren, die Ferien nehmen und dann morgen in der Woche. Ich habe ein bisschen Zeit hier. Ich kann mir noch einen Tee holen. Das mache ich jetzt auch erstmal. Nimm mal einen Tee. Neun. Ein Frühchen. Neun. Vielen Dank. 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 Genau. Und da kommt einer. Weiter weiter. Okay. Aber eine dringende Fahrt, dringende Tour nach Schweden. Okay. tanken wird ich auch noch mal jetzt unterwegs ich habe hier keinen Spiegel auf der linken Seite ja viel verkehr ja bis zur Fähre bis zur Küste nochmal das sind jetzt mal viele Kilometer diese polnische Landschaft oder Autobahn und dann habe ich ja Glück hier was bekomme ich überhaupt da aus 15.000 glaube ich was fahre ich ich weiß gar nicht was ich fahre ich weiß gar nicht dass das so viel restlichen sind dass das so sehr ich nicht dort bin ich war ich bin thời gian ich bin 73 ist ich bin ich bin Also ich denke, ich muss eigentlich schon ganzig fahren, dann fahre ich da in den Hafen rein. Wir gehen wieder an der Auslandstour von Polen nach Schweden. Von Polen nach Schweden fahre ich die letzte Zeit öfter. Ja. 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 Das ist zu kurisch. Hier kommt zwar am Montag ein, aber wenn ich es überhole, dann dauert er mir ein dahin. Aber dann ist es nicht cool. Und dann ist es immer geradeaus. Okay. Nehmen wir mal den auch noch. Und ja. Als der Bus einmal abging, der 1. Und das sauber, glaube ich. Sauber. Sauber geholt. Ich fahre zu schnell. Die Verhältnisse hier. Die Landstädte sind nicht von 90 ausgerichtet. Das war schon sehr dicht hier. Ja. Ich komme trotzdem nicht vor der Dunkelheit. Dann kann ich nicht nur so schnell fahren. Ich möchte ja am liebsten so von die Fähre fahren, wenn nicht hier. wenn Nacht ist, wenn dunkel ist. Zwar quasi so zu sein. Was haben wir denn hier? 6,7 Kilometer habe ich noch. Ja. Also die größte Strecke ist natürlich von Polen. und Regen. Und ähm. In Schweden habe ich ja nicht so viel. Und wir sind ja vier runter. Und da haben wir schon einen Tag, Vormittag, denke ich. Genau. Hatten wir schon lange nicht mehr den Regen. Polen und Regen. Ja. Ich habe das gepachtet. Fangen wir ein bisschen langsam an. Polen schneiden. Jetzt habe ich geladen. Altpapier oder so. Papierpappe oder so. Nichts wichtig ist aber trotzdem. Ja. Toll. So macht man den Aufreger kaputt. So reise ich, weil ich eine dringend wichtige Ladung habe oder warum? Ich reise auch um rechtzeitig an der Küste zu sein. Und quasi noch bei Teichsicht jetzt Polen hier hinter mitzulassen. Bei Mählen. Das ist ein Auto mitzulassen. Das ist ein Auto der Wunsch. Ein Auto-Transporter. aber selten am Transport. Sieht zwar nur mal auf der Welche, aber ich fahr keine. Warum nicht, weiß ich nicht so genau. Das ist so gut, dass sie von mir her, um mich zu erinnern. Ja, das sind die Spiele, die sie gemacht haben, dass sie mich jetzt nötig da hinter dem Herd herzufahren. Sie hat also meine Strategie schon erkannt. Okay. Na, ich komme hier fest. Fast, ne? Fast. Fast. Und jetzt schauen wir mal, wie sie aussieht. Frei oder nicht frei? Ja, nicht frei. Fast. Was ist das Maltumesimaan? Ja, die Steine. Die Steine. Das ist Joyce, okay, another one, weiter geht es, weiter geht es. Wir sagen, wir sind 50,000, haben wir schon im Konten. Wir sehen uns 50,000, ja, wir sehen uns 50,000, ja, wir sehen uns 50,000, ja. Hier sieht der Hooters Das haben wir geschafft, aber das Bode war gefährlich so, da waren wir so Seite an Seite in der Kurve, das war gefährlich. Ja, was haben wir 519, 519, das heißt von den 700 haben wir schon bald ein paar gearbeitet. Was habe ich für diese Küste, 300, 400 denke ich, 300, nicht mehr wie 350, 330, das heißt es muss weiter sein, ich küsste und dann ziehe ich und dann fangen wir mit der 4. Der Gdörner, der russische Gdörner, wir fangen mit dem Gdörner an den Gdörner und so. Okay. Okay. Und hier. Okay. 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 So should I take care of? Wenn ich dir... Ja. Wir gehen dann 370 km von der Fähre ab. Das heißt, wir kommen dem Ziel schon her. Wir müssen gleich der Fähre sein. Immer geradeaus. Ich habe eine schöne Burka auf der ersten Seite. Aber noch nicht fertig. Ich habe eine gute Idee. Ich habe eine gute Idee. Aber ich habe eine gute Idee. Das wäre richtig. Jetzt haben wir 17.16 Uhr. Immer geradeaus. Jetzt müssen wir bald zur Fähre kommen. Ja. Also ich habe einen Hof gehabt. Ein Landguter in Amerika. Beim Simulator. Und das habe ich mir immer schon angestehen. Muss ich heute nochmal eine Tour machen. Da haben wir Geld. Kommt da rein. 4.000 von Manuel. Dann kommt der Manuel direkt auf dem Level. Ja. Viel Verkehr jetzt hier. Ich habe kaum Zeit in die Meldung zu lesen. Sind wir bei 50.000 schon. Ja. Wotow brauche ich jetzt viel Geld? Weiß ich auch nicht. Ich brauche jetzt Geld für einen neuen LKW. 120.000. Da sind wir weit weg von. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Okay. Machen wir. Dann machen wir das hier. Nimm diese Ausfahrt. Ja. Machen wir. Da sind wir ja. Hurra. 17 Uhr. Das ist die optimale Zeit. Ich glaube ich möchte auch nicht so sagen. Oder wie machen wir das hier? Oder wie machen wir das hier? Ja. Und hier. Am Kreisverkehr beritt der Ausfahrt nehmen. Genau. Haben wir schon eigentlich nicht mehr gehabt. Ja. Ja. Das ist die erste. Das ist die zweite. Okay. Ich bin noch weitergefahren jetzt. Ich bin noch weitergefahren. da sind die Schiffe. Das sind die Schiffe. Das sind meine Fähigkeiten. Die Kohle geht drauf an. Ja. Denken muss ich auch. Aber hier ist nichts mehr zu denken. Denken ist bald leer. Ja. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Ja. Rechts fahren. Dann rechts abbiegen. Und dann. Biege nach rechts ab. Komme ich denn noch bis zum Ziel? Hier. Und ich muss da drüber hoch tanken. Und jetzt weiter. Da müssen wir erst rein. Da müssen wir erst rein hier fahren. Und dann. Da sind wir also. Route neu berechnen. Langsam. Ja. So. Nur ein Stückchen. Und dann. Machen wir die Eingabe. Und jetzt fahren wir wohin? Na. Karlskrone. Und dort müssen wir in der Wechsel. Okay. Machen wir. Aufbrechen. Neue Route finden. Wie lange ich jetzt gefahren. Da haben wir 54. 5 Uhr. Ja. Sieht doch gut aus. Und so ist die Stahl sind 10 Uhr. 10 Uhr glaub ich so die Stahl sind. Und jetzt. Sollen wir rechts rum oder links kommen oder? rechts rum fahre ich jetzt. Biege nach rechts ab. Okay. Wir sind jetzt in Schweden. Ura ura. Am Morgen Sonne. Wann ist mal geradeaus? Ah. Fremdes Verkehrsgebiet. 50, 60. Ja. So richtig. Von der Geschwindigkeit her. Das ist schon okay. Jetzt müssen wir das nur hier noch raus machen. Die brauchen wir nicht mehr. nicht mehr. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Wir fahren erstmal nach Karlskrone, wir sind noch nicht in Karlskrone, da fangen wir jetzt rein, nach Karlskrone, da kommt das Bier her, also Karlskrone, was war das jetzt, die Chance, da kommt wieder ein Einkommen, 1847 von Jana, Jana ist arbeitet also, sehr schön, jetzt sieht die den Auffrieger, dann können die mit dem Auffrieger fahren, die haben die erste Fernfahrt gemacht, ne, ich kenne die eigentlich, ich werde ganz ruhig gelassen fahren, ja, ich hier, mal sieht die Straßen, die sind so schön, man sieht die Straßen nicht so deutlich, ja, zwar nicht so schlimm wie Polen im Regen, aber fast, ich will nicht morgen, von den Lichtverhältnissen, Links abbiegen und dann bleiben sie immer geradeaus. Ich wollte gerne schön geradeaus fahren. Immer wieder Kreisverkehr, ne? Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Schweden ist ja auch anspruchsvoll, habe ich schon gesagt, vom Fahren, also von den Straßen her. Man sieht nicht richtig, wann die Straße beginnt und wo die Einwägung ist, manchmal ist er beschädigt, dann wieder nicht. Sieht immer geradeaus. Ja gut, also ich musste am Wachsgehöhe, das ist also 50, 60 Kilometer hinter Kreisverkehr, denke ich mal. 66 Kilometer habe ich noch, ja. Und wir haben 5 Uhr Sonntags, 5 Uhr 24. Ich gehe super in der Zeit. Super in der Zeit. Ich muss ja erst, ja wann muss ich da sein? 13 Uhr glaube ich 14 Uhr, ne? Ja. Ich komme wieder reinkommen. Seitens 200, Pantaneta. Und äh, was haben wir da? Ja. Guck mal langsam. Aber nun war, ja guck mal irgendwie helfen, oder? Guck mal nichts machen, ne? Guck mal nichts machen im Moment. Ja. Eh. Ja. Ja? Und dann Ja, also wie es immer, halb dunkel, morgen, der Morgen, fahre ich hier also in der Wachse, da haben wir eine Tankstelle, da haben wir eine Tankstelle, die passt mir gut. Aber ich sehe auf der falschen Seite, aber es ist egal, da fahren wir jetzt rein. Da fahren wir jetzt rein, dann denken wir da erstmal. Dann denken wir da. Hier müssen wir zuschauen, haben wir ja. Und dann denken wir jetzt der Back. Okay, haben wir. Hier ist es wie 154, das ist aber teuer. Ich zahle 1,08 an meiner Tankstelle. Aber es ist egal. So, halt Urlaub nehmen. Urlaub in Skandinavien. Sonntag Urlaub, Sonntag Trip. Hier haben wir. Dann können wir weiterfahren. Dann fahren wir erstmal hier oben. Und dann fahren wir hier so raus. Ich fahre hier so rein. Und muss hier links fortfahren. Da geht es weiter. Das ist der Tank voll. Dann können wir den Back. Vielleicht noch Aufträge annehmen. Dann bleiben wir in Schweden noch. Heute nicht, aber morgen vielleicht. Okay, also Back. Willkommen. Wir sind 36 Kilometer. Sind nicht mehr weit. Seit 6 Stunden noch. Ich bin 6 Stunden vor der Zeit da. Weil ich vorhin in Polen auch so gereist bin. Ja. Das ist eine optimale Fahrt hier. Ich brauche nicht im Dunkeln fahren. Ich kann im Hellen fahren. Und äh. Ja. Ja. Ich habe auf dem Aktuell schon. Wird schon eingeblendet. Ich komme also langsam in dem Sinn her. Sagt das Navi. Ich kann auch ins Fronten fahren. Keine Ahnung. Immer geradeaus. Okay. Waren wir. Ich brauche jetzt links hier. Biegen nach links ab. Okay. Ich brauche jetzt links hier. Biegen nach links ab. Also hier. Ich bin weg. Es gibt keine frei. Wir sind schon da in Wachsöl. und dann müssen wir aber sehen wo wir hin müssen. Wo wir hin müssen. Rechts. Da vorne, ja, da haben wir eine Hauptklasse, okay, der ist frei, der ist auch frei, dann biegen wir mal hier rein, da ist sie sogar noch, da ist sie, nur hier, 30, demnächst links abbiegen, ich bin ein Kind, wir haben ein Wohngebiet, und zu mitten in welches Wohngebiet, ist immer noch da, ist sie vorbei, weil, Verkehrsbeobitation, oder wie, ich hab sie nicht eilig, aber trotzdem, das heißt, hier ist man ja das weiter, ja, das ist natürlich auch hier, dann haben sie die großen Firmen mitten in das Wohngebiet gerichtet. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Machen wir, Machen wir, Machen wir, Nimm diese Ausfahrt. Ja, bin ich am Bürgersteig gefahren, das ist ein Bürgersteig, ja, also, ich muss schnell fahren. Immer geradeaus. Ja, okay, gut, aber jetzt muss man links fahren, ne? Was haben wir da? Da ist er noch nicht, nein. Was haben wir jetzt hier? Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Okay. Machen wir die dritte, das ist die erste, das ist die zweite. Nimm diese Ausfahrt. Das ist die dritte, ja. Sehen. Und jetzt gibt es hier irgendwo eigentlich keine Zeitzeile. Da haben wir bewusst, da können wir eine Garage kaufen, mieten. bei Spö. Und ähm. Wo ist es jetzt hier? Da vorne, ne? Immer geradeaus. Mit der Ampel, oder? Hier rein, glaub ich, ne? Oder? Hier rein. Hier rein, genau. So. Endlos. Wir sind da. Okay. Und. Mit der T. Mit der T. Mit der T. In der zweiten oder. Versuchen wir aber mal. Versuchen wir mal. Wie das ist er durch? Die Deinchen stehen. Schauen wir mal, wo der M ist. Die Platzhältnisse da sind. Dann komm mal in, desert Meinkum. Desert Meinkum. Da wird mir hinkommen. Haben wir geschafft. Gut, absätteln. Haben wir die Tour auch geschafft. Es gibt wieder 13.000. Ja, Erfahrungspunkte 666 für euch, auch Fähigkeitsjährung, bedingende Lieferung der 1800, Fähigkeitsjährung für Frankfurt 749, Erfangsbonus für den 24 2600. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, also jetzt haben wir 72.000 am Konto. Ja, das reicht zwar nicht für 9 LKW, aber immerhin Kredite. 30.000 kann ich mehr leisten, zu wenig. Reicht nicht. Reicht nicht. Reicht nicht. Das reicht nicht für 9 LKW. Muss ich vorhin erstmal bezahlen. 20.000. Ja, damit könnte man vielleicht den ein oder anderen Aufregel kaufen. Ja, aber im Moment mache ich erstmal Pause. Ich muss den erstmal hochladen, Leute. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich sehe mal cot Swe am Grund, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Wie geht es jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020